Hallo und herzlich willkommen zum Numerologie-Kalender von und mit Dr. Helne Feiner. Heute ist der 12. August 2016. Um die heutige Tagesenergie zu erfahren, bilden wir die Quersumme. Wir wissen schon, das Jahr 2016 ergibt die 9 und 1 und 2 sind 3 plus 8 sind 11. Nochmal die Quersumme sind 2. 2 und 9 ist die 11 und wir bilden runter bis zur einstelligen Zahl, das heißt 1 und 1. Also haben wir heute die Tagesenergie der 2. Wenn gestern der Tag des Beginns war, des Startens, des Aktiven, des Initierenden, dann haben wir heute einen Tag des eher Passiven, des In-sich-Gehen. Es ist eine weibliche Zahl, aber die 2 steht natürlich für Freundschaft, für Helfen, füreinander da sein, für Sorge ausleben. Andere unterstützen, andere bei der Hand nehmen, ihnen helfen. Und egal, wer auch immer auf deine Hilfe wartet, wer auch immer dich drum gebeten hat, heute ist der richtige Tag dafür, diesen Menschen die Hand zu reichen. Und damit wir diese Energien der Zahlen, die inneren Energien der Zahlen, ja damit wir die mehr integrieren, in uns aufnehmen, werden wir jetzt eine kurze, zweiminütige Meditation machen, wo du, wenn du kannst, deine Augen bitte schließt. Und ich werde einfach etwas erzählen über diese Zahl und du versuchst, die Bilder, die in dir entstehen oder die Gefühle einfach aufzunehmen und auf dich wirken zu lassen. Damit wir erstmal zur Ruhe kommen, bitte nimm drei tiefe Atemzüge. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Dreimal hintereinander und wenn es geht, sofern du jetzt nicht gerade im Auto sitzt oder so, schließe bitte auch deine Augen für die nächsten 2-3 Minuten. Okay, wir beginnen zusammen mit dem Ein- und Ausatmen. Heute ist also der Tag der 2-3 Minuten. Ich spüre in mir, wie ich helfen will. Ich spüre, dass ich für andere da sein will. Ich spüre, dass es mir Freude bereitet, anderen die Hand zu reichen. Ich spüre das Glück, welches ich erfahre, indem ich anderen helfe. Insbesondere, wenn ich Menschen helfe, die in Not sind, die vielleicht alt oder hilfsbedürftig sind, die vielleicht krank sind oder die anderweitig nicht so in der Kraft sind. Vielleicht auch Kinder, die einfach noch der Hilfe bedürfen. Ich spüre diese Dankbarkeit der Menschen, nachdem ich ihnen geholfen habe. Heute ist der Tag der Zweier-Energie. Und so werde ich heute diese helfende Hand, die mich glücklich macht, wenn ich sie reiche, den Menschen, die sie benötigen, gerne zur Verfügung stellen. Okay, du kannst deine Augen wieder öffnen. Ja, 2-3 Minuten. Ganz wenig, nur ganz kurz zu sich kommen, sich besinnen. Kurz die Augen schließen, kurz ankommen, mal durchschnaufen. Ist das nicht gut? Und bei der Numerologie ist es natürlich so, dass die Numerologie noch viel, viel mehr kann. Zum Beispiel verrät dir die Quersumme deines Geburtsdatums, verrät dir deine Lebensaufgabe. Ich habe dazu einen Gratis-Report erstellt, den kannst du anfordern, indem du unterhalb dieses Videos in der Beschreibung auf den Link klickst. Ansonsten bitte abonniere den Kanal und mache mit mir diese kurzen Tagesenergie-Meditationen durch. So wirst du auch die Bedeutung der Zahlen viel besser verinnerlichen, als wie, wenn ich dir nur erzähle, was es bedeutet. In diesem Sinne, alles Liebe und bis morgen. Ciao, ciao.